Stell dir vor, die ersten Kinos öffnen wieder und keiner geht hin. Hi zusammen, hier ist Fufis Film und Fernsehen in Serie. Für Hollywood ein absoluter Albtraum ist diese Corona-Krise auf jeden Fall, denn die Kinos sind überall geschlossen. Viele Filme werden und wurden bereits verschoben. Das Jahr 2021 wird ein ganz, ganz großes für jeden, der gerne ins Kino geht. Aber in China, da wollte die Regierung ein bisschen beruhigen und hat 500 Kinos wieder geöffnet. Das sind nur 5% aller Kinos im Land, aber es sollte so ein kleines Zeichen sein, dass das Land eventuell bald so ein bisschen Normalität wiederfährt. Es ist nur leider keiner ins Kino gegangen. Mal abgesehen davon, dass Hollywood uns auch keine guten Zeichen gibt im Moment, dass sich Kino lohnt, haben die Menschen wahrscheinlich einfach noch zu viel Angst, sich mit vielen anderen in einen Raum zu setzen, der im besten Fall auch nicht gut belüftet ist und sich dann noch Corona einzufangen. Die Filme, die in diesem Jahr laufen sollten, wurden mittlerweile fast alle auf 2021 verschoben. Zumindest die großen Blockbuster. Ghostbusters Legacy zum Beispiel hat einen neuen Termin im März 2021. Gerade wurde der Marvel-Film Morbius verschoben, auch auf 2021. Und die Videospielverfilmung Uncharted mit Tom Holland alias Spider-Man ist auch auf 2021 verschoben worden. Was wird das denn bitte für ein krasses Kinojahr? Wenn wir uns die Liste jetzt mal angucken, wird nächstes Jahr neben den genannten Filmen gerade auch noch Jurassic World 3 anlaufen. John Wick 4 kommt ins Kino, Indiana Jones 5, Halloween Ends, Fast and Furious 9, Doctor Strange 2, The Batman, Avatar 2, Sherlock Holmes 3, Space Jam 2, Spider-Man 3, Suicide Squad 2, Thor 4.